Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten 800 Watt Balkonkraftwerke. Damit ihr das richtige Balkonkraftwerk für eure Ansprüche finden könnt, werden wir euch in diesem Video drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Gemeinsam haben alle Modelle, dass sie wie gesagt eine Gesamtleistung von 800 Watt mitbringen und in einem Set mit Wechselrichter und allem nötigem Zubehör kommen. Doch welches Modell für eure Ansprüche am besten ist und welches ihr sofort zu euch nach Hause bestellen solltet, das werden wir in diesem Video klären. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Infos kennenzulernen. Schaut auch nach dem Video unbedingt in der Videobeschreibung vorbei, dort haben wir euch alle drei Modelle mit dem tagesaktuellen Preis verlinkt, falls ihr noch eigene Recherchen anstellen oder eines der Modelle bestellen wollt. Lasst uns nun aber gleich mit dem ersten 800 Watt Balkonkraftwerk starten. Herausgesucht haben wir hier für euch das Set vom Hersteller Egg Come and Die. Dieses kommt mit zwei 400 Watt Solarmodulen, welche einen hohen Wirkungsgrad von 20,81% mitbringen. Mit dabei ist auch ein Wechselrichter, der sich in zwei Gängen 600 oder 800 Watt einstellen lässt. Das Umschalten erfolgt hier ganz einfach über die Smartphone-App. Über diese kann man auch die aktuelle Stromproduktion und alle weiteren Infos zum Balkonkraftwerk einsehen. Die Solarmodule von Aiken kommen mit einer äußerst hohen Schutzklasse von IP68. Damit können sie ohne Probleme das ganze Jahr über allen Witterungsbedingungen standhalten. Dasselbe gilt natürlich auch für den Wechselrichter und so ist der Hersteller selbstbewusst eine 12 Jahre Produktgarantie auf die Solarmodule zu geben. Geliefert wird das Modell in nur wenigen Tagen mit einer Spedition. Die Lieferung ist bei Amazon wie üblich gratis, also schaut mal über den ersten Link in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mehr zum Modell erfahren oder auch den aktuell erhältlichen 50 Euro Gutschein an der Kasse einlösen wollt. Das Set ist dort auch mit noch längerem Kabel und mit einer Balkonhalterung gleich verfügbar. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja noch vorstellen. Als zweites das Balkonkraftwerk vom Hersteller ABL Solar. Dieses kommt tatsächlich sogar mit einer Gesamtleistung von 830 Watt. Hier kommt es im Set mit zwei 415 Watt Solarmodulen. Mit dabei ist auch ein 600 Watt Wechselrichter, welcher über einen Spitzenwirkungsgrad von 96,7% verfügt und zwei unabhängige Modultracker dabei hat. Man kann also beide Solarmodule hier separat einsehen und auch ansteuern, Denn auch dieses Modell kommt mit einer WLAN-Funktion und App-Steuerung, wofür man lediglich eine TP-Link WLAN-Steckdose braucht. Das sorgt aber auch dafür, dass man von überall aus, nicht nur wenn man gerade in der Nähe des Solarmoduls ist, die Leistung des Modells überwachen und die Anlage managen kann. Sprechen möchten wir noch einmal über die großen Solarkollektoren an sich. Diese bieten wie gesagt mit 415 Watt jeweils etwas mehr Leistung als die beiden anderen Modelle, die wir euch hier vorstellen. Außerdem kommen sie mit einer außerordentlich hohen Wirkungseffizienz von 21,3%. Zum Vergleich nochmal, das eben vorgestellte Modell aus der Einsteigerklasse kam mit 20,81%. Etwas wirksamer also diese Module, was ich natürlich vor allem auf eine sehr, sehr lange Zeit auszahlen kann. Positiv zu erwähnen finden wir auch noch den Lieferumfang. Dieser kommt wie gesagt neben den beiden Modulen, dem Wechselrichter und der WLAN-Steckdose, auch noch mit langen Anschlusskabeln. Damit ist eine sehr flexible Montage möglich, egal ob Balkon, Garten oder auch auf der Garage. Es findet sich hier immer ein Platz, dieses Balkonkraftwerk irgendwo zu platzieren. Auch hier dabei eine 12 Jahre Herstellergarantie und mit diesen ganzen Infos könnt ihr jetzt gerne mal über den zweiten Link in der Videobeschreibung nachschauen, wenn ihr euch weiter zum ABL-Solar-Balkonkraftwerk informieren wollt. Aktuell gibt es auch hier einen Rabattgutschein, 40 Euro beträgt dieser, den man an der Kasse noch einlösen kann. Bleibt nun aber auch gerne noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch das 800 Watt Balkonkraftwerk von SolarWay vorstellen. Dieses kommt mit zwei 400 Watt Modulen und auch einem Wechselrichter, welcher in einer 600 oder 800 Watt Ausgangsleistung eingestellt werden kann. Das erfolgt natürlich auch hier wieder über die Smartphone-App, denn ja, hier ist auch eine WLAN-Funktion mit dabei. Durch diese kann man jederzeit die Leistung und auch alle weiteren Daten des Balkonkraftwerks einsehen und sich auch gleich ausrechnen lassen, wie hoch die Einsparnis mit dieser Anlage ist. Die Moduleffizienz dieser Premium Photovoltaik-Module beträgt 20,2%. Das ist der geringste Wert im Vergleich. Dafür liegen die Vorteile beim Hersteller SolarWay vor allem beim Lieferumfang, aber auch der gesamten SolarWay-Produktwelt. Der Lieferumfang dieser Anlage umfasst neben den Photovoltaikanlagen an sich und dem Wechselrichter auch noch sehr lange Installationskabel und auch eine Aufstellhalterung, mit dem man den perfekten Winkel zur Sonne finden und damit auch den maximalen Wirkungsgrad erhöhen kann. Denn umso paralleler die Module natürlich zur Sonne stehen, desto effektiver können sie hier diese UV-Strahlung aufnehmen, wodurch natürlich auch die gesamte Effektivität dann wieder steigt, was so ein wenig die Ausgangsmoduleffizienz von 20,2% ausgleichen könnte. Ansonsten überzeugt, wie gesagt, auch die gesamte SolarWay-Produktwelt. Neben verschiedenen Wechselrichtern und unzähligen Halterungen gibt es hier auch eine Menge Elektronik-Zubehör, wodurch man sich ein umfassendes, smartes Photovoltaik-System für sein eigenes Zuhause aufbauen kann. Wenn vor allem diese Punkte ein entscheidender Faktor für eure Kaufentscheidung sind, dann könnt ihr euch zum 800 Watt SolarWay bei Kuhnkraftwerk über den dritten Link in der Videobeschreibung noch weiter informieren. Dort seht ihr auch, was hier mit SolarWay noch möglich ist, was die Kunden zum Modell sagen und auch wie der tagesaktuelle Preis des Modells aussieht. Also informiert euch gerne zu diesem oder zu den beiden anderen vorgestellten Modellen nun noch gerne in der Videobeschreibung. Dort ist alles verlinkt. Wenn ihr noch eine Frage oder Anmerkung zu den Modellen habt, könnt ihr aber auch gerne mal einen Kommentar schreiben. Da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen 800 Watt Balkonkraftwerk. ROCK Untertitelung des ZDF, 2020